Der Krieg hat eine uralte böse Macht geweckt, die sich vom Blutvergießen nährt. Unsere Tage und Nächte sind Albträume. Die Leute gehen im Schlaf fort und kehren nicht mehr zurück. Weiter zur Plätze! Okay. Ah, Moment, ich könnte ja nochmal gerade kurz... ...Niederwürr lesen. Vor dem Krieg waren die Einwohner dieses Dorfes in ihre vortrefflichen Spitzenklöppel... ...und Spielekunst bekannt. ...Spitzenklöppel. Alles klar. Ein Schmied ist leider nicht drin. Müssen wir erstmal weitermachen. Links von uns ist wieder ein Dorf. Wo sind wir denn jetzt? Ah. Ein Algool. Stufe 14. Der scheint auf jeden Fall so einen Rückstoß zu haben. Wenn man sie haut, kriege ich nämlich auch Schaden. Der hat mich gar nicht getroffen und ich habe trotzdem meine Rüstung verloren. Okay, vier Häuser kurz durchsuchen. Abgeschlossen natürlich. 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 Man schließt die Tür noch ab, bevor man die Häuser verlässt. Auch wenn man gerade ganz schnell unterwegs ist. Immer abschließen nicht vergessen. Was war das? Klang wie ein Kuh oder sowas. Komm Plätze. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Oh, da sind gerade hinter uns welche erschienen. Was ist denn hier rechts von uns? Turmruine eines Adeligen. Waren wir da schon? Das kennen wir, glaube ich, oder? Die Turmruine eines Adeligen. Ja, ja. Ich glaube, das kennen wir. Los, los. Da waren wir schon. Okay. Reißzahnabdrücke. Hier ist ein Schrein. Okay, gehen wir mal ohne Plätze weiter. Können wir hier besser die Umgebung erkunden. Gruselige Geräusche. Tritt zurück und komm nicht näher. Ich weiß, woher du kommst. Alter. Die Mächte, die mich schützen, spüren, woher du kommst. Geh fort. Geh fort. Geh fort. Die Mächte beugen sich nicht. Bist du das? Der da so spricht? Oh. Ein Wehrwolf. Feurige Explosion. Egal. Oh. Da habe ich nichts davon. Das gibt es doch nicht. Blöde Kuh heilt sich auch. Aber mein Feuer ist ziemlich stark. So hässlich. Um. Kehr um. Kehr um. Kehr um. Zeig dich. Ich will mit dir reden. Okay, das Ding scheint auf jeden Fall nicht das gewesen sein, was hier mit uns spricht. Hin fort. Hin fort. Hin fort. Mein Gott, die ist aber schon so ein bisschen gruselig. Gehen wir mal in die Höhle. Wahrscheinlich kommt es auch von hier. Ich glaube, wir brauchen mal diesen Trank. Äh. Katze hieß der. Und dann können wir eigentlich auch noch eben... Äh. Bö, 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 bö. Wo ist das denn jetzt? Wir hatten doch mal Vitalität. Da. Ja. Okay Ziemlich creepy da die Wurzeln Gucken was wir hier so finden werden Ah eine Kiste schon mal Verbesserter Donner cool Donner ist glaube ich ein Trank den haben wir auch schon Quebritz kenne ich nicht Werden wir uns gleich mal angucken So jetzt sind wir hinter den Wurzeln glaube ich Ich wurde angegriffen Dies ist mein Gefängnis Eine belagerte Festung Ich warte auf Mörder Und mein Wald beschützt mich Mörder? Mörderschwestern Töteten meinen Leib Jagen meine Seele Da ich ihnen trotze Wer bist du? Ich verließ meinen Kreis Ich schützte das Gleichgewicht Die Mummen töteten mich Verfluchten meinen Geist Ich habe noch nie von einem Druidenkreis entgehen gehört Ich wandere ewig durch ein Labyrinth von Zweigen Rutsche hilflos über Blätter Dann kennst du die Mummen wohl gut Sie sind Wählensfluch Durch abgeschnittene Ohren hören sie alles Sie verweben Haare und Leben Ihre Macht erhalten sie von einer Brühe aus Menschenfleisch Warum haben sie dich getötet? Die Mummen wollen dieses Land haben Und allein im Wald herrschen Ich war ihnen im Weg Musste also sterben Du sagst du seist gefangen Wie das? Ich bin gebunden Mit magischen Fesseln Ich wandere endlos Ein Blätterlabyrinth Die Kinder Ich weiß alles Was sie erwartet Bitte befreie mich Ich muss helfen Wenn den Weisen etwas droht helfe ich ihnen selbst Die Kinder sind schon fort Bitte befreie mich Ich kann ein Sturm sein Ein wilder Galopp Ich rette sie Nur ich kann es Warum glaubst du dass die Kinder auf der Lichtung in Gefahr sind? Die Schwestern haben sie genommen Sie kehren nicht zurück Wohin haben sie sie verschleppt? Ich kann helfen Es ist zu spät Es gibt kein zurück Und keine Straßen Nach Art Servin Sie werden alle sterben Lass mich sie retten Die Mummen Was weißt du über sie? Die Schwestern sind älter als die ältesten Bäume Wählen ist ihr reich Alles Leben hier dient ihnen Die Schwestern sind verborgen Du wirst sie nicht finden Sie hören alles Es gibt kein Versteck Ok da muss ich jetzt mal gerade eine Sekunde drüber nachdenken Also wir haben die Mummen vom Buckelsumpf gefunden Das sind die drei Schwestern Die Ich muss gerade mal im Hintergrund ein bisschen leiser machen Die drei Schwestern haben uns den Auftrag gegeben Hier irgendwas zu untersuchen Beziehungsweise den Auftrag vom Bürgermeister dieser Einstattbar auszuführen Der Bürgermeister hat uns erzählt von einem Baum Der voll mit Knochen wäre Und alles was da hingehen würde würde sterben Allerdings Wurden wir von den Mummen jetzt hier hin geschickt Auch um sie zu töten Jetzt bin ich gerade überlegen Ob all die Leute die hier rüber geschickt wurden Generell dazu gedacht waren Sie hier zu töten Oder ob es anders ist Also ob das Ding hier einfach alles tötet was in die Nähe kommt Das Je nachdem wofür man sich entscheidet Entscheidet man sich glaube ich auch für die Antwort Also wenn ich jetzt davon ausgehe Dass die Mummen immer Die Leute hier hin geschickt haben Um das Vieh hier zu töten Weil das Vieh eben mehr weiß Als es wissen darf Die haben es ja schon versucht zu töten Haben es aber ja dann irgendwie verflucht Und jetzt ist es hier gefangen Und sie kommen nicht mehr an sie ran Jetzt frage ich mich warum töten die Mummen sie nicht selber Vielleicht können sie sie nicht mehr selber töten Aber Dann Wenn die Mummen versuchen Irgendjemanden hier hin zu schicken Um sie zu töten Dann hätte das Vieh ja hier recht Dann würden sie ja auch glaube ich Die ganzen Weisen und sonstiges Mal entführen und töten Und grundsätzlich Wären dann die Mummen die Bösen im Prinzip Wenn wir aber davon ausgehen Dass das Vieh hier einfach immer alles tötet Was in die Nähe kommt Weil es davon ausgeht Dass das was in die Nähe kommt Sie töten will Obwohl es vielleicht gar nicht so ist Dann hat das ja nichts mehr mit den Mummen zu tun Sondern dann hat sie einfach die Paranoia Dass sie von allem was hier vorbeikommt Und damit getötet werden soll Ich weiß nicht irgendwie habe ich das Gefühl Die Mummen die sind sowieso so ein bisschen komisch gewesen Die waren relativ in dem Gespräch was wir hatten Relativ aggressiv und so herrschend Und einnehmend Ich glaube ich glaube ich helfe dem Ding einfach Wenn du die Weisen von der Wiese retten kannst helfe ich dir Ich werde sie finden Befreien Öffne die Tür meines Käfigs Blut ist mein Entkommen Es braucht ein Ritual Das Schwarz von Rabenfedern Das Weiß meiner Knochen Und ein schnelles Ross Eine Stute wild und frei Von einer Wiese muss sie sein Dunkel wie eines Bodenlosen Brunnens tief Schwarz wie die Nacht selbst Nur so ein Tier Sammle diese Dinge und bring sie mir Ich habe die Rabenfedern Finde meine Überreste Und bring mir ein Ross Ein Ross Schnell wie der Wind Ein schwarzes Pferd Aus Sturm geboren Wozu brauchen wir ein schwarzes Pferd? Dass dir und ich werden eins Wie einst Wir sind der Sturm Nichts kann uns halten Ein wildes Ross Von feuchten Wiesen Wo finde ich deine Überreste? Meine Knochen Liegen in einem einsamen Hügelgrab Nicht weit Gen Westen Ich hole alles was du verlangst Dann komm ich wieder Kehr zurück Zu den Tiefen des Hügels Zum verrotteten Herz des Baums Durch dich mein Herz Lass Blut fließen Um aufzuerstehen Muss ich erst verschlungen werden Geh jetzt Kehre durch den Gang zurück Den ich geöffnet habe Ich weiß nicht warum aber irgendwie glaube ich dem Vieh Irgendwie glaube ich dem Teil Ich weiß nicht warum aber ich glaube dem Teil Ich weiß nicht warum aber ich glaube dem Teil Hier unten sollen wir jetzt irgendwie in die Knochen eines Geistes finden Oh ne nicht du ey Okay Von denen lass ich mich einfach immer einmal treffen damit ich weiter drauf gehen kann Weil die einfach mega ätzend sind die Viecher So So Mal gucken, wo finden wir denn jetzt hier diese komischen Überreste? Hier? Nö. Hier soll auf jeden Fall irgendwo... Ah, da hinten. Da sehe ich was. Seltsame Knochen. Sehen nicht menschlich aus. So, jetzt müssen wir mal ein wildes Pferd zähmen. Aber nicht menschliche Knochen, was war es denn dann? Hey, ein Schrein der Macht, oder was ist da? Achso, das hatten wir ja schon. Das haben wir schon besucht. Achso, Level Up, genau. So, Charakter. Ähm, wir haben einen neuen Slot freigemacht. Ja, das mit dem Axis... Äh, mit dem Igni, das finde ich irgendwie nicht so geil. Finde ich nicht so gut. Aber jetzt, wo wir das haben... Nö, nö, da gehe ich nicht weiter drauf. Wie viel brauche ich denn noch bis zum nächsten? Forderliche Punkte? 18. Okay. 18. Könnten auch hier erstmal weiter irgendwo drauf gehen. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Pfeile ablenken. Ich glaube, das nehme ich... Ups. Wo ist denn hier unser blaues Ding? Warum haben wir denn da kein blaues Muttergen mehr drin? Hatte ich doch extra... ...das da gemacht. So. So, jetzt müssen wir nur noch kurz das Pferd finden. Das ist aber auch hier in der Nähe. Und das müssen wir mit dem Axi-Zeichen zähmen. Ah, endlich. Ah, da ist noch eins. Hoppsa. Los, lauf! Sehr cool. Jetzt haben wir ein anderes Pferd gezähmt. Sehr witzig. Na, Bock nicht so. Schlimmer als Plötze. Alte Eiche. Können wir darüber was erlesen? Vor Jahrtaus... Ne, vor Jahrhunderten fanden hier blutige Rituale zu Ehren der alten Götter statt. Die hiesigen Bewohner glauben, dass an diesem Ort noch immer dunkle Mächte wirken. Ja, klar. Das ist klar. Wo ist denn jetzt der Höhleneingang? Da. Oh, verdammt. Jetzt hab ich mir nicht gemerkt, wo der zweite Eingang war. So, ist gut. Äh. Das war jetzt nicht so schlau. Scheiße, wo war denn jetzt der zweite Eingang? Schneller. Muss doch auch hier irgendwo gewesen sein. Oder muss ich einfach nur hier oben zur Eiche hin? Eiche. Eiche. Dieses Knacken ist ja auch schon ein bisschen gruselig hier. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo der Eingang war. Das ist der eine Eingang wieder. Aber, wo ist der zweite Eingang? Verdammt. Ich hätt's mir merken sollen. Gehen wir mal gerade hier runter. Der muss doch hier irgendwo sein. Aber ich krieg auch leider keinen Hinweis mehr. Verdammt. Jetzt, wo ich den Hinweis bräuchte, wo ich hin muss, krieg ich ihn natürlich nicht. Denn da oben durch den einen Eingang komme ich ja nicht rein. Ah, hier. Ah, da habe ich ihn doch. Okay. Mach langsam. Bereit. Wir können anfangen. Lass mich auf Raben schwingen, fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Ich bleib mal dabei. Hier sind die Rabenfäder. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Hier sind deine Überreste. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Schwarze Schönheit. Ich hoffe, dass... Also, ich meine, hier kann man sich ja anscheinend auf mehrere Art und Weisen entscheiden. Und das war jetzt meine Art, wie ich das entscheiden wollte. Und auch würde. Jetzt bin ich mal gespannt. Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Ich habe euer Problem gelöst. Aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ich weiß nicht, was da gelauert hat. Aber es lauert nicht mehr. Was hast du gemacht, Hexer? Ich war oben und habe das Problem gelöst. Die Details gehen nur mich was an. Wie wahr? Ich habe von sowas generell keine Ahnung. Die Moomen, hier nennen sie Herren in des Waldes, sagten, ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie machen. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Die Bezahlung. Bring sie den Herren in, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder überwählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ein Wort, das wir geben, halten wir auch. Das Mädchen, Aschblond, so nennen sie das. Finger dünn, verstört und erschöpft. Und sie kann stehen, das arme Ding. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Putz, Pestilenz. Warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Na los, Zoom-Zone. Komm her. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 You must find her And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the Prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. Thank you. FUXE